Wow, 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 wow. Also für mich gibt es ein paar Grundregeln, wenn man ein Open Air ginge. Zuerst schaue dir die Wetterprognose zu Hause an. Grundregel Nummer 2. Wenn du ein Bier hast, ein Becherbier, steck nicht das Becherbier irgendwo ab und nimm ihn nachher wieder. Grundregel Nummer 3. Nimm nie das Bier an, das dir irgendein fancy Typ anbietet möchte und sagt, «Hey cool, spendier dir eins, nimm kein fremdes Bier an!» Die letzte Grundregel nach jedem Bier ist, nimm ein Glas Wasser oder ein Flaschen Wasser. Geh ansprechen, schau mal, ob er weckbar ist. Vielleicht ist er bewusstlos. Wenn jemand bewusstlos ist, am liebsten sich zum Beispiel an eine Security wenden und jemanden dazu rufen, der einen Funk hat oder an einer Stange. Die haben zum Telefunkgerät. Dann können sie uns rufen und wir rücken dann raus und kommen die Person vor Ort betreuen oder sie mithin. Jetzt habe ich die Zelt und wir sie dann hier weiter behandeln. Am besten tust du halt trotzdem etwas leicht zu essen und dann trinkst du mal auf einmal einen halben Liter Wasser und hast dich nur eine halbe Stunde ruhig und dann kommt es dann mit der Zeit schon wieder.